Die Akademie heißt lernen, und zwar nicht nur lernen für die jungen Leute, die zum Kurs kommen, sondern auch lernen für uns, die Unterricht geben. Die Leute kommen hier bereit, zu lernen, bereit zu spielen, full of artistic ideas. Deswegen denke ich, dass sie das Titel von der Akademie hat. Grundsätzlich denke ich, dass die Musik nicht nur Beruf ist, nicht nur Kunst ist, sondern viel mehr Wissenschaft. Sie sind excellente Schüler, sie sind fantastische Professoren, und in den Jahren hatten wir wunderbare Musiker, wundervolle Piano Professors, Konductors, Improvisors, Filmmakers, die hier kommen, um ihre Erfahrungen und ihre Erfahrungen mit den Studenten zu sharen. Und das ist wirklich inspirierend.